Weil ich ja so viel Fleisch weggeworfen habe. Warum und wieso, ich hab keine Ahnung. Anscheinend hat es mir Spaß gemacht. Einen Tier habe ich verloren. Eins habe ich wieder. So, hier sind wir fertig. Ne, der will schon wieder was von uns. Was will er denn jetzt schon wieder? Der macht mich fertig, der Typ. Der macht mich echt fertig, macht er mich. Schlange! Aber er kann ja sagen, was man will gegen mich, ne? Aber für die Schlangen habe ich echt ein Gespür. Also die höre ich. Irgendwas kämpft er gerade. Tigri! Tiger! Der war ja geil von mir. Das war, das war ein Rückzug, ey. Oh, schnell weg. Tiger, Tiger. Großer Tiger. Großer Tiger, großer Tiger, großer Tiger, großer Tiger, großer Tiger. Boah, da schleppt er gerade einen Menschen weg, ey. Wie geil ist das denn? Also es ist nicht geil, aber ihr wisst, was ich meine. Nein! 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 Weh, 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 weh. Kannst du mal was machen? Scheiße, ich war grad... Scheiße, ich war da grad was am... Ähm, müssen eh da lang kommen. Ich bin, glaube ich, noch nicht einmal vor einer Schlange gebissen worden. Das ist gut. Oh Gott, aber was Großes. Ein Bär. Ein Löwe. Ich weiß nicht. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Ach, komm, Jüng. Was will er denn jetzt? Ich habe jetzt nicht gelesen, was er wollte. Ich werde es gleich sowieso hören. Nein, kein Bär. Ich würde mich immer fragen, warum. Selbst der Bär hat die Schnauze voll von dir. Wie war es mit einem Bart? Nee, der braucht einen Bart. Ganz einfach. Okay. Urkis, neuer Mief. Klar. Und da muss ich dafür da hoch. Die war ja auch irgendwo so ein Ding zum Kletterlettern. Ne. Wir müssen nicht. Müssen wir klettern? Oder müssen wir einfach nur da rumgehen? Ich weiß gerade nicht. Hätte ich das da jetzt untersuchen können? Äh, ich weiß gerade nicht. Wo, wie, was. Wo, wie, was. Scheiße, nein. Nein, 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 nein. Ich kann nichts anschauen. Die kann ich mich nur heilen? Oh, mein Baby. Hier, hier, hier. Ja, Feuer. Hier. Hier, brenn. Nein, du sollst brennen. Ich brenne auf, ich brenne auf, ich brenne auf, ich brenne auf. Du stehst mitten im Feuer, Junge! Nein! Was? Was kann ich denn alles entzünden, ey? Greift das Vieh einfach so meinen... Oh nein! Das gibt's nicht, ey! Wieso? Warum? Nein! Ey, das gibt's! Ich krieg gleich ein Horn! Nein! Du, kleines, pissiges Drecksstück! Ey, du... Scheiße, ich bin im Arsch. Ach Gott. Ach! Das ist es! Was? Wieso wollen die was von mir? Was ist denn hier los, ey? Was haben die gegen mich? Vielleicht, weil ich ein schwarzes Mammut bin? Und die sind alle braun? Ich weiß es nicht. Was soll das denn? Was hab ich denen denn getan? Ich weiß es auch nicht. Nassondung brauchen wir. Honig, Wabe, Braunbär gezähmt. Ich hab doch einen Braunbär. Nicht irgendwo Scheiße. Ey, das mit jetzt gerade mit, äh, weil ich ein schwarzes Mammut bin und, äh, Braun... Also, das war... Sollte jetzt nicht... Das war jetzt nicht rassistisch oder so, ne? Also... Nicht, dass ihr was... Nicht, dass ihr was Falsches denkt. Achso. Okay. Puh! Mach das nicht. Bitte, mach das nicht. Vielleicht kann ich das hier sehen. Ach, ja? Ich schau, ob die Scheiße hier einzusammeln ist leichter als... Alles andere. Ähm... Frage jetzt. Tun die mir was? Tun die mir nichts? Ich weiß. Wir können friedlich zusammen leben. So. Der Rest liegt da oben. Das war ja gerade wieder was mit dem... Ah, nein! Das war wieder was da. Ah, du bist blau! Ach, Gott! Ich hab zu spät erst gesehen, dass die blau war. So, Honigwaben sind hier. Oh, 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 oh! Bär, Bär! Hallo? Ich habe eigentlich schon einen Bären. Ein Bären gezähmt. Wo war jetzt die Unnichtwabe? Da. Eins. Okay. Du bist doch ein Bär. Spür doch mal Honig auf. So wie Winnie Pooh. Ich habe Winnie Pooh nie gesehen. Ist das traurig. Und da noch. Was? Wo? 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 Wo ist er? Wo ist er? Scheiße. Ich sehe den anderen nicht. Jetzt habe ich die Honig da. Jetzt können wir wieder runter. Wo ist mein Bär? 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 Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich will wissen wo du hin willst. Nie. Nie. Ich habe da seine ganze Hand im Bär. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Komm her. Ich hänge. Ich hänge. Ich wälder. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. So, ich hab nen Bären. Ich bin sogar drauf geritten. Was sagst du dazu? Kannst du nicht, wa? Ich weiß, dass er sich gerade mit Scheiße einreibt. Nein. Was ist das denn jetzt? Wie viel den Bären? Ach so. Der arme Bär. Der arme Bär. Das hast du feine Macht. Ich wollte dich nicht reiten. Nein, ich wollte dich nicht reiten. Ich wollte dich eigentlich streicheln. Wo ist er denn? Wo liegt der Typ denn? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Außer, dass wir jetzt zu der Jägerin reisen. Weil die möchte ja, dass wir mit ihrem Mammut jagen gehen. Ähm. Verzeihung. Was? Wo? 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 Da ist ja noch irgendwo einer. Ja, Headshot. Ich hab's halt drauf. Kann sagen, was man will. Aber das kann ich. Achtung. Denkst du, ich seh dich nicht? So gut bist du nun auch wieder nicht. Hab ich denn noch was? Ein paar Sachen vorbereiten. Na, Krokodil? Ne. Wird da sein. So. Ja. Winja Jäger. Äh, Winja Jäger. Nicht, halt. Meine Aussprache, ey. Warum reite ich nicht einfach, ey? Ich mach halt immer unnütz, unnütz schwer. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, jetzt gleich direkt schon das größte Vieh da auf die drauf zu jagen, aber egal. Ich gehör zu euch. Na, ich gehör zu euch. Ja, ich gehör zu euch. Ach, ihr seid doch berat... äh, ihr seid doch brutal seid ihr. Jetzt soll ich wieder da runter? Wie soll ich das denn hierher führen? Jetzt mal, jetzt mal, scheiße, wie soll ich das hierher führen? Soll ich das vielleicht, oh, warte. Das ist jetzt eine gute Idee. Das ist super. Ja, das Mammut, das ist da. So, gelange zum Mammut. Ich bin da, Mammut. So, komm, das Mammut. So? Indem ich das sauer mache? Oh Gott. Bea, renn. Renn. Renn um dein Leben. Renn. Leute, jetzt, bitte. Tut was. Nein. Mein Bär. Oh mein Gott. Äh. Fuck, fuck, fuck. Ich komme hier nicht weg. Scheiße, 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 scheiße. Halte, halte. Wow, 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 wow. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Mach doch was, Mann. Du stehst da nur rum und machst nicht. Oh Gott. Lass mich hier raus. Lass mich bitte hier raus. Okay, okay. Langsam, 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 langsam. Okay, jetzt schnell runter. Bestie heilen. Oh Gott, ey, ich bin... Tut bitte was? Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, wo lang, ey. Fütter den scheiß Bären und geh da wieder weg, Mensch. Oh mein Gott, warum rennt das denn immer hinter mir her? Das gibt's doch nicht. Ich brauch mal ne Pause, ey. Ich will auch mal schießen. Ich hab's erlegt. Ich hab's nicht erlegt. Ich war so feig und bin die ganze Zeit abgehauen. Frisst du grad'n Menschen? Schämst du dich denn nicht? Wir sind hier noch in dem Dorf. Der ist unglaublich. Der ist unglaublich, der Bär. Das ist der Hammer. Der frisst den Menschen da auf, ey. Der ist krass. Der ist krass. Also der Bär, der ist echt so... Ja. Da kann ich sehr schwer. Schwer. Okay. Gut. Sehr schwer. Und sehr schwer. Okay. Gut. Ja. Scheiße. Sind denn jetzt... Sind ja nur noch schwere Sachen. Mittel? Ja gut, der ist mittel. Der ist auch mittel. Äh... Sehr schwer. 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 Ich glaub' die Isla sind ein bisschen zu krass, ne? Oder? Oder sind die Udam krasser? Ich find' eigentlich die Isla viel krasser, ne? Ja, ich muss jetzt aber irgendwo hin. Ups. Macht der denn da? Ähm. Also ich bin dafür, dass wir da den Lengar ausmachen. Bin ich jetzt dafür. Machen wir jetzt auch. Wir machen das jetzt aber mit Bär... Nein. Der muss ihn eher streicheln. Er kann... Er kann einfach nicht anders, ne? So. So. Was sollen wir hier machen? Sollen wir das arme Tierchen retten? Was sollen wir hier tun? Was sollen wir machen? Natürlich kann es ja nicht mehr probieren. Hä, was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Tierchen tut mir leid. Ich krieg die Halle nicht auf. Tiere befreihen. Schießt auf den Käfig und befrei... Ah, ich soll auf den Käfig schießen. Okay. Wer? Guck mal her. Wenn ich... Woher herkomme? Wenn ich auf dir sitze, dann... Würde mir das Tier wahrscheinlich nichts tun. Hey! Ich hab dich befreit! Willst du mich verarschen, du blödes Vieh? Ich hab dich befreit, ey. Greif dich saubig an. Ich glaub schon. Lauf doch einfach mal überall vor. Ich schimpf grad mit mir selbst. Ich schimpf nicht mit dem Bären. Der kann da nichts für. Das bin ich. Ich bin das. Ich bin das Problem. Oh, hier geht's schon wieder voll zur Sache, ne? Was? Okay, hab ich. Ah! Was? Ach, ich stehe hinterm Baum, die Alte. Ich hab den Käfig nicht gekriegt. Okay, ich muss vom Bären. Mein Tier! Wie geh ich jetzt in der Hocke? So. Nächster. Komm her, Puppe. Äh, Bär. Bär? Ja, friss dich erst mal satt. Friss dich satt. Los. Friss dich satt. Du sollst dich satt fressen. Wir haben grad Zeit. Den darfst du sogar essen, aber du darfst keinen von uns essen. Verdammt. Und wie wenn du es kriegdist. Es ist eine Schlange sprektion.